Hi Leute, kurzes Update, was wir nun wieder vorhaben. Wie ihr seht, der Energy hat wieder den Yasuni R Auspuff und ist auch innerlich komplett entdrosselt, Vario geändert und so weiter, gescheiter Zylinder. Er ist auf einen Gestell montiert, wie ihr seht, also nur vorne geklemmt und steht zwar noch auf dem Hauptständer, aber der kommt natürlich weg. Hintergrund der ganzen Sache ist, wir wollen Burnouts auf verschiedenen Sachen machen. Also, ohne jetzt zu viel zu verraten, wir wollen Burnouts auf verschiedenen Untergründen machen. Wir werden mal Gummi unter das Hinterrad montieren, keine Ahnung, was uns halt einfällt. Wir werden mal einen Burnout auf Öl oder auf Kleber machen und einfach mal schauen, wie sehr es dann raucht und wie gut dann der Burnout geht und so weiter. Wenn ihr dazu Ideen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind über jede lustige Idee dankbar. Das soll jetzt auch keinen großen Zweck dienen, diese Videos. Einfach just for fun mal ein paar Burnouts auf verschiedenen Sachen machen. Keine Ahnung, vielleicht legen wir unter das Hinterrad mal eine Melone und machen da drauf einen Burnout, bis sie komplett hinüber ist. Lauter so Sachen halt. Just for fun. Ja, dann bis bald und freut euch auf viele Burnout-Videos. Ja, dann bis bald. Bis zum nächsten Mal.